Hallo Leute und ja, das ist mal wieder ein Video von mir heute hier, ne? Ich wollte euch ja nur zeigen, hier meine Gegend, wie wunderbar die ist, hier. Und ja, ich wollte nur sagen, danke nochmal für die 8, 9, 47 Abonnenten, ne, ich glaube ich habe irgendwas mit, keine Ahnung. Also ich wollte dir nur danke sagen und ich wollte mich entschuldigen wegen der Grafik, jeder schreibt hier. Also machen wir die Grafik besser, Leute, ich kann nichts dafür, ich habe keinen PC, ich habe keinen Laptop oder so, ich habe nur Handys, Leute. Und ja, an meinem Geburtstag, da bekomme ich einen Laptop und dann werden die Videos natürlich viel, viel besser. Und ja, ich freue mich auch schon mal, ich habe jetzt, also, meine Kamera habe ich jetzt schon drei Wochen, ich habe hier jetzt so vor einer Stunde oder so, habe ich ein Video rausgebracht. Und ja, es ist einfach nur wunderbar, ne? Ach, sorry Leute, da ist jemand gerade hier reingekommen. Ja, also, es gefällt mir einfach, es ist einfach nur wunderbar. Ich wollte dir nur so danke sagen, weil es ist für mich sehr großartig. Und ja, also, ein Danke, Danke, Dankeschön an euch. Da sage ich mal, ihr es jetzt mit einem S. Tschö, tschö, tschö.